Mach das Wetter wieder weg! Heute war ich nicht rum. Jetzt geht's los. So Leute, wir erraten jetzt Tinas Sachen. Dann musst du auf Kreis drücken, dann hast du das ringsrum weg. Schreib doch mal nicht so. Auf den Tasten, die du da hast genommen. Die habe ich schon weggebeamt, die Tasten. So, auf 3, 2, 1. 3, 2, 1. Louis. Oh. Wie bist du? Oh. Ein Punkt! Ein Jude! Eindeutig ein Jude. Eine Kuh. Ein Schwein. Die Giraffe, die letztens getötet wurde. Jesus. Klingenschirm. Mary Popp. Lucky Luke. Chuck Norris. Der kleine Muck. Ein Mutekäbchen. China. Zubat. Edward Cullen. Zubat. Goldbart. X-Bat. Es ist X-Bat. Alter, was geht ab? Das ist wie Vivi gerade auf dem Sohn. Es ist nicht Esch, Alter. Moneyboy. Es ist Moneyboy. Ja! Scheiße. Ich weiß doch nicht. Füllen mal bitte, wie ich hier High-Five. Außen. Jawoll! 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 Hey, also. Moneyboy ist nicht schlecht, Alter. Ich wollte eigentlich noch die Geld stellen. Der Rest macht jetzt Suf. Tina hat auf die Sitz. Wie schnell, ey. Ich wollte noch die Geld. Da ist noch nichts dran. Hast du schon mal eine Moneyboy-Kunde gelesen? Das Spiel auf jeden Fall verstanden. Das ist ja keine Ahnung, oder? Die gleiche Vorstellung. Hier, der hat gewonnen. Tina hat auf jeden Fall das Spiel verstanden. Jetzt geht's richtig los, Alter. Hat dir denn da so ein Zahn? Ich hab da eine richtig gute. Ja, der Zahn ist auf jeden Fall richtig gut. Der Zahn hat mich übelst verwirft, ey. Der Zahn hat mich übelst verwirft, ey.